Ich kann sagen, Hannes, herzlich willkommen zu diesem heutigen Reefd Sagt auf Jomaros Kanal, denn er hat vielleicht gewonnen, aber ich verrate es nicht, vielleicht hätte er gewonnen. Hallo Freunde und willkommen zu dieser Folge Reefd Sagt, yeah, so was habe ich noch nie auf meinen Kanal gebracht, ich fand aber, das hat so viel Spaß gemacht, da mitzumachen und Reefd hat so lustige Sachen gemacht, ohne dass es zum Teil so geile Sachen passiert, die habe ich einfach noch nie mitbekommen. Ihr seid die tollste Insektenfamilie. Ja! Ehre an die Insektenfamilie. Oh ja, wie cool! Jetzt checkt man, wie soll der denn mitmachen? Jetzt gecheckt denn das? Und mit etwas Glück darfst auch du bald Scheide zeigen. Auf deinen Platz und sei brav. Sie ist einfach mega sympathisch, ich habe da noch nie mitgemacht, aber ich finde das absolut witzig, ich hatte einfach Spaß und deswegen wollte ich das mit euch teilen, was wir halt so gemacht haben. Und checkt sie auf jeden Fall auf YouTube aus, der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und checkt noch die anderen Reefd Sagt mit denen, die zusammen mitgespielt haben, das sind so Leute wie Granny. Vollzeit! Andere YouTuber, die ihr vielleicht auch kennen können. Leute, ganz viel Spaß mit dem jetzigen Video. Viel Spaß! Wenn ich sag, wenn ich sag springt, dann springt ihr nicht. Wenn ich sag Reefd Sagt springt, dann springt ihr. Reefd Sagt schaut nach unten. Schaut nach oben. Es tut mir leid, ohne Scheiß. Oh, ich lass es noch durchgehen. Ich lass es grad noch so durchgehen, Toppy und Yomaro. Grad noch so. Reefd Sagt sneakt. Bringt. Easy. Nee. Oh, oh, es ist so knapp immer. Reefd Sagt, oh Toppy, was machst du denn da? Was machst du denn da? What the fuck? Ich lass mal auf in die Spiele immer zu schlagen. Toppy geht auf die Schanze runter, komm. Oh, muss man in die Plätze tauchen. Komm. Ja, lol, Alter. Starne Schokolade. Hilfe, Hilfe. Das ist ziemlich easy das Jump'n'Run. Ich hab Angst vor dem Jump'n'Run. Aber wenn ihr runterfallt, seid ihr halt dead. Richtig angst. Beste Idee. So, Reefd Sagt, hier ist der Startblock. Ihr müsst es bis zum Spongeblock hier drüber schaffen. Ihr habt kein Zeitlimit, ihr müsst es einfach nur schaffen. Okay, dann warte ich bis alle weg sind, damit ich easy schaffen kann. Ja, ich auch. Man kann nur sterben, weil diese tausend Leute sind. Das ist okay, lass ich einfach zählen. Easy what the fuck? Ey, aber nicht schlagen. Ja, nicht schlagen, ihr Spaß. Jagdfuchs. Ja. Jesus Maria. Oh Gott. Oh mein Gott, ja. Wir sind alle da. Wuhu. Geht alle wieder auf euren Platz. Geht alle wieder auf euren Platz. Oh, das ist cool. Ich kann gut. Ich kann gut. Reefd Sagt. Ringt. Okay. Oh, okay. Sneakt. Oh, oh, das hab ich gesehen. Überleg immer ein bisschen. Das hab ich gesehen. Tschiiiess. Bye. Reefd Sagt. Sneakt. Mach. Das war zu spät. Oh mein Gott, sie waren einfach bam bam. Uff. Ich schau nicht herum live. Dieser Kalken Vollzeit. Uff. Oh, 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 oh. Komm, geht die Rampe runter. Nein. Vollzeit. Tschüss. Ah. Erstmal Kuchen abbauen, oder? Erstmal Kuchen abbauen. Ja, moin. So. Möchte jemand von euch die Chance haben, fürs Minigame aussetzen zu dürfen? Also ihr könnt nicht ausschreiben im Minigame. Dafür werdet ihr jetzt aber richtig hart in die Mangel genommen. Du musst nicht mehr nach oben gucken. Ihr müsst zehn Comments hintereinander richtig haben. Comments? Gibt's drei Plätze für Leute, die das machen wollen? Reefd Sagt, folgt mir. Volk. Ja. Stopp. Oh Gott. Nicht stopp. Leute, stopp, nicht stopp. Ah, okay, 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 nice. Hast du auch geschafft. Hier. Alter, ja, aber du. Süß. Hier hab ich jetzt noch zwei, eines wieder weggegangen. Okay, aber hab ich jetzt zwei hier. War ich mit, äh, Jomaro weiter? Oh. Reefd Sagt, dreh dich. Bibi. Reefd Sagt, Sneak. Schau nach oben. Nein. Reefd Sagt, schau nach unten. Schau nach rechts. Schau nach links. Reefd Sagt, Sneak. Schreib an A in den Chat. Reefd Sagt, schreib mal ein B in den Chat. Schreib abonniert Reefd in den Chat. Nicht. Reefd Sagt, Sneak. Okay, okay. Ja. Geilo. Geilo. Okay, okay, okay. Bist du ready? Ihr vier seid ausgeschieden. Also ihr seid dabei. Ihr müsst das, ihr könnt das Spiel spielen, äh, hab's schon gewonnen. Ja. Und ihr alle? Drei, zwei, eins. Hallo. Go. Ey. Der steckt sich einfach hoch. Ja, läuft. Nicht schummeln. Drei. Das ist mega cool. Reefd Sagt, schreibt das Ergebnis von 16 mal 16. Nein, Spaß. Spaß. Halt deinen. Nein. Den meinte ich. 1,2,2. Wir machen jetzt was. Und zwar, machen wir. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Und zwar, werde ich jetzt hier was bauen. Und ihr müsst es erraten. Hm. Einfach so ein Ding aus Glas. Und dann schon. Aquarium, Aquarium. War es richtig. Alter, bin ich gut. Yes. Ja, ich bin der Tollste. Sehr gut, Yumaro. Danke. Du nächst hier schon mal den Ehrenplatz hier. Da. War, äh, Aphore nicht vor mir eigentlich? Ich fahre jetzt hier oben quasi weiter. Äphore hat das schon davor. Oder das Terrarium. Oh nein, Äphore hat das schon Aquarium. Tatsächlich. Oh, das tut mir leid. Dann musst du wieder zurück. Und hier, Mario, wir gehen zurück. Und Aphore kriegt den Platz. Tschüss, bis jetzt zurück. Ja, nein. Äphore hat das neue. Hä? Aphore, du Arschloch. Ja, hä? Ich wurde, mein Leben wurde geklaut. Das ist easy. Richtig, Schneemann. Oh, Mann. Ist ja viel zu schnell mit euch. Hier. Ihren Platz. Ja, Mann, Alter. Ich kann nicht so schnell schreiben. Okay. Die nächste Sache, die nächste Sache baue ich hier drauf. Okay? Hier drauf. Karte. Möhre. Ja, das ist orange. Jawoll. Endlich. Karte mit euch, ihr seid viel zu gut. Es tut mir zwar leid, Granny, aber ich, ja. Du schaffst es noch. Wir haben ja noch ein paar. Fumi lacht gerade im Chat, weil er uns alle sieht. Ein Elefant. Wahl. Elefant. Ein Hai, ein Hai, ein Hai, ein Hai. Das ist ein Hai. Das ist wirklich ein Hai. Ne, das ist ein Boot. Ein Hai. Das ist ein Hai. Jawoll, Granny. Hä? Sie kann immer so scheiße. Jawoll. Auf deinen Platz und seid brav. Okay. Einfach Chat-Bahn. Ja, ich weiß. Er kann halt nichts machen, was mit Chat-Bahn gehört. Jetzt wird's richtig schwer. Drei. Drei. Zwei. Eins. Baum. Ja, richtiges Baum. Ach man, Mitsuri. Du musst doch schneller sein, Mitsuri. Mit der Chat-Bahn. Wieso der denn mitmacht? Sie hat's gecheckt. Sie hat's gecheckt. Sie hat's gecheckt. Wow. Okay, wir werden jetzt Baum und Essens erraten. Kilian. Gibt's einen Trick dabei? Habt ihr sowas schonmal gemacht? Was? Was muss man denn? Wir gehen los. In drei. Zwei. Eins. Go! Die letzten zwei haben verloren. Sneaken, grannys. Sneaken, grannys. Sneaken, grannys. Ich sneaken doch. Kilian, das läuft ja super bei dir bisher. Die Norman ist oben. Ich bin oben. Easy. Granny ist raus. Granny, Granny. Du knallst gegen die Wand. Oh mein Gott. Die Mauer. Oh, du bist gegen die Mauer geknallt. Scheiße. Granny ist draußen. Schad, schad. Was war mit dir Kilian? Im Sohn. Die hier haben wir gar nicht auf dir. Wir sind jetzt ruhig. Oh, da hat jemand sein eigenes Wasser. Okay. 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 Jetzt machen wir nochmal eine Speed-Route. Reef sagt, springt. Reef sagt, sneakt. Reef sagt, dreht euch. Schaut nach oben. Schaut nach unten. Reef sagt, springt. Reef sagt, sneakt. Reef sagt, schaut nach rechts. Reef sagt, schaut nach links. Reef sagt, schaut nach oben. Reef sagt, schaut nach unten. Schaut nach oben. Reef sagt, dreht euch. Reef sagt, springt. Schaut nach rechts. Schaut nach links. Es ist gerade voll im Beat bei mir. Reef sagt, schaut nach oben. Schaut nach unten. Reef sagt, dreht euch. Reef sagt, springt. Reef sagt, schlagt einmal in die Luft. Reef sagt, tauscht alle Plätze Reef sagt, springt Reef sagt, sneakt Reef sagt, schlagt dreimal in die Luft Reef sagt, schlagt ein A Schlagt ein A, schreibt ein A Achso, außer Norman Hat doch jemand Chatbarn? Ne, doch nicht, außer Norman Reef sagt, springt Also weggehen, der Nervensäge Yumaro, magst du nicht springen? Ich bin gesprungen Du musst immer springen Reef, achso, geht wieder auf euren Platz Kaigo ist tot Was machst du denn? Jetzt langsam reicht es aber auch Ja Du hast zu viel Quatsch gemacht Irgendwann ist dann auch Stopp Findet ihr auch, oder? Reef sagt, geht auf eure Plätze zurück Wir sind vier, oder? Tauschplätze? Okay, okay, okay Habt ihr Bock auf 101? Ja, Norman Norman hat Lust Norman hat Lust Okay, äh, was sagst du? Hast du Lust auf 101? Nein, 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 nein Auch nicht? Okay, dann haben die wenigsten Leute Lust auf 101, tut mir leid, Norman Aber wir machen was anderes Jetzt wird's richtig spannend jetzt von den Letten Was man gewinnen kann ist natürlich Ehre Also man kann nicht viel gewinnen, aber die Ehre Und die Ehre ist wichtig Und Norman hat schon gut Ehre Ja, okay Aber wenn Norman jetzt noch mehr Ehre hätte, wär halt krass Dann wär halt krass Wie lange wir gebraucht haben, um zu checken, dass er mit Chatbannen nicht mehr zum Spiel mitmachen kann Na du jedenfalls, ja, Bro Okay Und zwar geht es darum, ihr gleich gelbe Wolle abbauen müsst Wer der am Ende am meisten gelbe Wolle hat, hat gewonnen Alle verstanden? Drei, zwei, eins, go! Viel Spaß beim Wolle abbauen, Leute Ich hab deine Wolle bekommen Der Belieger muss nackt ins Meer Man wird krank Dreh dich, Erfo Hinter dir, hinter dir ist mehr Wolle Erfo übrigens ein naises Video Hab ich schon auf äh Filter geschrieben gehabt, wenn ihr es gesehen hattest Okay Er will dich ablenken Er wird absolut abgelenkt Ich hab das letzte Wolle Ich hab das letzte Wolle Okay, hey Norman, was machst du denn da? Das ist aber keine Wolle Du hast 14? Jetzt baut euch mit eurer Wolle hoch Bitte hab ich nicht die letzten Oh, okay Oh Nice Oh Er hat er wird auf Spannung gemacht Lange Rammel Alter, A4B in Top 3 Oh mein Gott Ihr seid würdig, die Top 3 Spiele zu sein Glückwunsch an euch an der Stelle schon mal Ich würd sagen, wenn ihr happy seid, dann schreibt mal ein A in den Chat Hahaha Okay, okay Reefzeit kommt mal nach unten Junge, 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 Junge A4B zieht durch, Junge Top 2 Ihr könnt an dem Punkt jetzt eure Wetten abgeben Auf wen ihr hier tippt Norm schreibt doch mal ein Chat auf wen du tippst Ja, genau Okay Okay, ich hab eine Idee, was wir machen Ja, wahrscheinlich Hier nochmal 8 Ja Und ich gucke alle eine goldene Schaufel Oh Und jetzt geht's darum, dass ihr einfach überlegen müsst Ihr müsst einfach nur überleben Und der erste, der Ausscheid ist halt ausgeschieden Okay Ah, stopp mal, die Zombies sterben jetzt Oh, das ist Nee Ah, okay, verstehe, ich verstehe Sterben nicht, okay, nice Vergiss nicht, du kannst mit den goldenen Dings, siehst Du kannst damit nicht viel anderes zu Rennen richten, ne Irgendwie kein anderes auf Norman Oh nein, sie gehen alle auf Norman Oh, jawoll Es geht schon 11 Mal, da wird niemand gekämpft Oh mein Gott Ich hoffe, ich hoffe schon Ich sterbe Wahrscheinlich Healpods vorbereiten, dass er nicht noch andere sterben Oh ja, hier ist ne gute Ecke, hier ist ne gute Ecke, ja Wie viele da sind Norman rett mich daher und somit kann er die auf mich triggern Nein, 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 scheiße, ich bin tot Wir müssen einfach nur nicht schlagen Uff Chris Gold Ja Oh mein Gott, es gehen echt viele auf Norman Er fasst da irgendwie so ein bisschen fein raus, irgendwie Ja, die gerade sind mit Zombies, hä? Die machen gar nichts, hä? Die Zombies machen nix, aber die anderen machen alle nix Ja, aber die Zombies sind gerade neben er von, die haben gar nichts gemacht Das sind meine Bros Die gehen alle auf Norman, oh mein Gott Nein Nein, nein Die gehen alle auf Norman Mund auf Jumara Nein Oh, Jumara Das ist echt schlechter Das ist echt schlechter Norman ist tot Norman ist tot Okay, warte ich Hier, hier voll Hier voll Es war knapp, es war knapp Ich hab's nicht, ich hab's nicht Ich hab's nicht, ich hab's nicht Ich hab's nicht, ich hab's nicht Ja doch Nein Rv, 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 überlebe, überlebe, überlebe Überlebe, 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 einfach, überlebe, einfach, Bruder Überlebe Ja Ich bin so geil, ich weiß nicht wieso Es macht so Spaß irgendwie, weil es so lustig ist Okay, hast du gut gemacht Tut mir sehr leid, rip Norman Gg, Beine Ich hab mein Bestes gegeben Gg, Alter Rv, ohne Witz Rv Scherisch an Papier Oma bei Scherisch an Papier Wär so geil Best of 3 Oh, das ist ne gute Idee Nice Okay, Scherisch an Papier 3 2 1 Richtig, ja Rv, du darfst nicht so langsam machen Aber ist trotzdem verloren 1 0 3 2 1 Der gute alte Stein Echtiger Steinbock 3 2 1 2 Ja, das war, das war zu langsam No Aber ja trotzdem geworden Ja so Aber es war zu langsam Von Schamaro Schamaro Deswegen, das lass ich erstmal nicht zählen Oha Ehre Ehre 3 2 1 2 0 Ok Spann 2 1 Riff Steinbock 4 Oh mein Gott 2 2 Hä? Oh mein Gott 2 2 Hä? Ne, er hat gewonnen Er hat doch Steinbock Oh 3 1 Er hat gewonnen Mario, du kannst ihn mitschlagen, wenn du willst Oder du steckst ihn nicht mit, wie du magst Hier kannst du auch Oh, jetzt ist der Wegschade Spolade Dein Podest Da kannst du drauf Jetzt hast du Ehre, Alter Du darfst aufs Gemüche stehen Du hast gewonnen Ich hab einfach gewonnen Du bist der ultimative Seer Dieses Riffed Sack Riffed Sack Riffed Sack Riffed Sack Das ist die absolute Ehre gewonnen Wie cool ist denn das? Du bist ein Ehrenkind Und mit etwas Glück Du darfst auch du bald Scheide zeigen Nice, ok Ihr seid die tollste Insektenfamilie Ja Ehre an die Insektenfamilie Oh ja, wie cool Oah Oah Oh ja